Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal Breaking News. Ich habe es gestern durch Zufall mitbekommen. Ich werde das Video trotzdem erst einen Tag später veröffentlichen, wie ich es jetzt aufnehme. Das heißt vermutlich am Donnerstag. Und um was geht es? Krall und Otte treten aus der Werteunion aus. Also gestern war das wirklich ein richtiger Knall. Markus Krall und Otte sind aus der Werteunion ausgetreten, nachdem es gewisse Aussagen von Maaßen gab, gerade in Richtung AfD. Man hat vor allem gesagt, dass die Premium-Partei, mit der man eben ja koalieren möchte, die CDU ist. Was natürlich irgendwie total absurd ist. Warum tritt man denn aus einer Partei aus, wenn man am Ende doch wieder mit ihr koalieren möchte? Macht überhaupt keinen Sinn, in meinen Augen. Und scheinbar hat das auch Krall und Otte so gesehen und hat dazu dann ein Statement veröffentlicht, in dem eben steht, dass sie aus der Partei austreten, aus der Werteunion eben austreten und das für sie erledigt ist. Ich gehe gleich ein bisschen näher noch drauf ein. Wir schauen uns dann die Tweets dazu an, denn es lief alles über Twitter, beziehungsweise ja heute X. Und ja, außerdem hat Maaßen dann noch in Richtung AfD gesagt, dass sie, so habe ich das zumindest verstanden, rechtsextrem sind und verfassungsfeindlich und so weiter. Und auch diese Aussagen passen natürlich nicht so ganz ins Bild, wenn man natürlich vorher sagt, es gibt keine Brandmauer und man wird auch mit der AfD bei Koalitionsfragen reden. Und Maaßen hat sich da am Ende ja auch dann wieder ein bisschen rausgewunden. Es gibt ein Interview mittlerweile online bei Werteunion auf YouTube und da wird es ein bisschen klargestellt. Und da erklärt er ja, man wollte sich nur abheben, also dass man praktisch mit dem rechten Flügel der AfD eben nichts zu tun haben will. Und auch, dass man nicht bloß ein Anhängsel der AfD ist, sondern eben selbst stark genug ist und eigentlich die neue Volkspartei werden will, so ungefähr kommt es eben rüber. Und deswegen möchte man natürlich auch die CDU, CSU dazu holen. Aber erst hat er dann erklärt, wenn das natürlich reformiert wurde alles und man da dann liberaler ist. Dass das natürlich großer Blödsinn ist, dürfte auch den meisten klar sein, denn die CDU, CSU wird sich nicht so weit reformieren. Nicht unter den aktuellen Regierenden in der Partei oder unter den Chefs in der Partei. Und deswegen ist das eine Utopie. Und ich stelle mir natürlich schon die Frage, und da sind wir wieder bei dem Punkt, was ich immer sage, für mich ist keine Partei wirklich in Deutschland wählbar. Warum? Für mich ist das alles ein Riesenschauspiel, das hier abläuft, von allen Parteien durchweg. Und man weiß nicht, wer zu wem gehört und was im Hintergrund in Wirklichkeit alles läuft. Und das sieht man am besten wieder hier an der Werteunion. Für mich hiermit auch unwählbar geworden, denn scheinbar ist das bloß eine Art Ablässchung, Einsteigungsmanöver, das man hier startet, oder eine Chance, nochmal Stimmen irgendwie aufzuteilen und so die Regierungsfindung noch schwieriger zu machen, denn anders kann man das eigentlich gar nicht mehr werten. Ich gehe jetzt auf jeden Fall ein bisschen näher noch auf die Thematik ein, aber zunächst der Risikoinweis, alles, was ich hier wieder aufzeigen konnte, ist meine eigene persönliche und private Meinung. Jeder kann natürlich mit den Informationen machen, was er möchte. Es ist keine Anlageberatung, Investmentempfehlung und ich übernehme natürlich keine Haftung und kein Risiko. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir einfach mal in den Browser rein. Und da sind wir auch schon im Browser und ich fange jetzt einfach mal mit dem Markus-Krall-Kanal an. Der hat heute vor drei Stunden wieder was Neues veröffentlicht, das schauen wir uns auch gleich noch an. Aber gestern eben die Info hiermit gebe ich bekannt, dass ich heute aus der Werteunion ausgetreten bin. Das Gleiche kann man eben dann bei Max Otte finden. Der hat eben auch den Austritt erklärt, die Aussagen aus der Werteunion lassen zweifeln, dass die Partei geeignet ist, die Politikwende in Deutschland mitzugestalten. Sie deuten stattdessen auf erhebliche politische Fehleinschätzungen und Selbstüberschätzung hin. Mit dem heutigen Tag trete ich aus der, schauen wir mal, ob sie es noch schnell lädt, sagte die, auf jeden Fall ist er da ausgetreten und das ist eben seine Aussage. Er hat dann selbst noch ein paar Kommentare weiter unten gesetzt, die kann man auch mal ganz kurz noch anschauen. Eine allgemeine Maxime aus meinen 40 plus Jahren Berufserfahrung nur erstklassige Persönlichkeiten holen, erstklassige Persönlichkeiten in ihr Unternehmen oder ihre Organisation, denn sie haben keine Angst. Zweiklassige holen Dritt- oder Vierklassige, weil sie sich absichern wollen. Das hat man ja bei Merkel wunderschön gesehen. Die, wo Potenzial hatten, sie abzusäbeln oder abzusetzen, die wurden ja versetzt oder rausgeschmissen. Und all diejenigen, die keine Gefahr für sie waren, die hat man dringelassen. Und wie gesagt, da gibt es dann auch noch ein Zitat, was er eben da aufgreift von Markus Krall und kann sich jeder mal selber durchlesen. Fakt ist, er ist ausgetreten, das sind natürlich die zwei bekanntesten Gesichter vielleicht aus der Werteunion und das natürlich schon ein Paukenschlag. Markus Krall hat dann eben heute, eben vor drei Stunden, eine richtig lange Erklärung abgegeben, warum er am Ende ausgetreten ist. Ich glaube, sieben Gründe hat er da in dem Artikel oder halt in dem Text benannt. Unter anderem eben, was ich so toll gefunden habe, der sechste Punkt, glaube ich, war der Sex mit der Ex. Also das ist genau das, was ich eben auch sage. Warum geht man den wieder mit der CDU zusammen, wenn man erst austritt? Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Das ist absolut eine Luftnummer, dass man sagt, es gibt keine Größe mehr. Und dann hat er natürlich noch ein paar Sachen aufgegriffen, wie zum Beispiel Lippenbekenntnisse, dass da scheinbar viel vorher versprochen wurde und am Ende ist davon nichts gehalten worden. Und man wollte sich ja eigentlich, Markus Krall wünscht sich ja einen richtigen Umbruch in Deutschland, einen richtigen Aufbruch in Deutschland. Und der ist eben so nicht möglich, indem er einfach nur von den anderen Parteien, von den Altparteien eben ein paar Punkte aus dem Wahlprogramm rausnimmt und die minimal umschreibt. Das wird natürlich am Problem nichts ändern. Und da hat er natürlich absolut recht, denn das Problem sitzt ja viel tiefer. Und deswegen sagt eben Markus Krall dann am Ende so schön, der Tag kommt, an dem dieses Land reif ist für echte Reformen, dann werden wir inhaltlich vorbereitet sein. Und im Moment ist das eben noch nicht der Fall. Man hofft da eben Stimmen abzugreifen, eben in der Werteunion, gerade eben auch wirklich von den Libertären. Und auch die sind natürlich komplett jetzt vor den Kopf gestoßen worden, ja, indem das einfach eine Luftnummerpartei ist. Und ich habe unten ein paar Kommentare gelesen, da heißt es dann auch so schön, schade, jetzt wäre ein echter Umbruch möglich gewesen mit der Partei, aber das zerläuft sich jetzt. Ich denke jetzt über einen Wegzug, über eine Auswanderung nach, hat jemand eben unter dem Kommentar hier von Krall eben geschrieben und das trifft es eigentlich ganz gut. Damit ist wirklich eine politische Wende eigentlich vom Tisch. So ist es nicht mehr möglich und die Werteunion somit einmal wählbar. Und ich kann, wie gesagt, jedem nur empfehlen, das einfach mal ganz kurz durchzulesen. Dauert ja nicht allzu lang und, ja, der erklärt ja, wie gesagt, die einzelnen Punkte nochmal ausführlich. Ich werde jetzt ja nicht näher darauf eingehen, kann jeder in Ruhe selbst durchlesen. Ich wollte es einfach mal kurz aufgreifen, dass es hier einen großen Knall gegeben hat und sich wieder einiges dadurch, denke ich, ändern wird. Außerdem übrigens greift Krall hier auch noch Geschehnisse auf, die in den letzten Monaten eben passiert sind, wo man Krall ohnehin schon dauernd wieder vor den Kopf gestoßen hat. Aber er hat es dann mitgespielt, das Spiel, eben um wirklich eine Alternative zu ermöglichen, um eben wirklich einen Wandel in dem Land möglich zu machen. Und, ja, ist sehr traurig, dass das in der Form jetzt nicht mehr klappen wird, aber so ist es eben und war für mich, wie gesagt, meiner Meinung nach abzusehen, denn die ganzen Wahlen sind meiner Meinung nach ohnehin nichts wert. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag noch und macht es gut und bis zum nächsten Video.